Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Mirror's Edge Part. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und wir haben es ja einfach nicht geschafft. Und obwohl es eigentlich ja nicht so schwer ist. Eigentlich... Es ist echt unglaublich. Wir verkacken es direkt wieder. Was weiß ich, ich hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt hier... Eigentlich was wir machen, wir springen ja nur hier gegen und landen dann irgendwie hier, weil wir doch immer noch da hochklettern müssen. Kann man nicht einfach... Anscheinend... Ja, sauber. Doch viel einfacher, ey. Einfach da hoch, ey. Im Schusszaun. So. Und nun sind wir wieder da. Wo wir einfach mal nur... Nein! Jawohl! Endlich, Alter! Endlich! Ich sag ja, es kann doch nicht so schwer. So. Okay. Okay, da hoch heißt... Hier gegen... Na! Wa! Mädchen, was machst du? Weh! Nein! Nein! Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Und dann... Da ist natürlich kein Checkpoint. Moment. Jetzt geh hoch. Nein! Oh, das kann... Ich kack hier noch ab. Ich kack bei dieser Scheiße noch ab. Nein, ganz ehrlich. Bleib doch da stehen, du... Du... Watze! Ich mach jetzt das alles... ...ganz genau. Ich hab Bock hier immer wieder, das nur zu machen. So. Jetzt mach's bitte genauso wie eben. Du hast es doch geschafft. Jawohl! Geht doch. Hä? Hä? So, dann hier. Oder einfach so. Nein! Also. Jawohl! Hoffentlich gibt's jetzt bitte mal einen neuen Checkpoint auch, ey. Hä? Hä? Warte mal. Andersrum? Aber immerhin sind wir jetzt schon mal hier. Wo haben wir... Hier hoch? Hier sind wir gekommen. Hier kennen wir ja nichts vorhin. Dann müssen wir vielleicht da rüber... Probieren. Geht das? Jawohl! Na? Wo? Na! Nein, bitte nicht, bitte nicht von ganz Anfang. Bitte nicht, bitte nicht. Ach, Glück gehabt. Neuer Checkpoint. Endlich mal. Ist auch hier hingerichtet, also... Hingerichtet. So. Jetzt können wir bis hier laufen. Bam. Ah, wohl. Achso. Okay, da oben hin. So. Ah, okay. Wo? Achso, hier oben. Zack. So, nun. Warte. So. Nein. Och. Alter. Jawoll. Und nun? So, endlich kommen wir auch mal weiter. Hier, Fortschritte endlich mal. Hm? Ich sehe einen Schacht. Ich traue mich nicht so zu springen. Wahrscheinlich im World Run. Aber wo? Können wir hier vielleicht längs? Ja, hier wohl eher, oder? Aber. Ne. Probieren wir es einfach mal. Nein. In der Nähe müsste. Ein Luftschacht. Aha. Egal, ist ja jetzt jetzt nicht weit. Ist ja hier schon ein Checkpoint wieder zum Glück. Okay, wir können da kein Wurme machen. Okay, haben wir eigentlich schon mal letztens was gestellt. Dass wir in diesen komischen... Hm, okay, ist natürlich klar, weil es auch nachgibt, aber egal. Einfach vielleicht mal springen. Ah, kann man auch mal machen. Okay, und der ist auch direkt hier, endlich, alter. Zack. Fels will wohl noch nicht hier raus. Ich aber gerne schon. Komm. Pop mal auf dieses... ...dümmer rumge... ...klettere hier. Och, Gott. Kann er bitte speichern? Ja? Endlich geschafft, oder was? Und gleich geht das weiter. Das wäre echt teurer. Aua. Aber ich hoffe nicht. Aber ich glaube auch nicht. Hey, was ist das Zeichen-Logo-Dingens? Bums. Das ist ein Gesumse-Volong hier. Hey, ein Koffer. Es wird endlich gespeichert. Wir haben es endlich geschafft. Wuuuuh. Darf ich lang? Also wohl nicht. Also doch wieder an die andere Richtung. Aber na, wir haben wenigstens ein Koffer. I get it. Hey, du... Achso, ich will gerade meine Sackkasse. Aber nee. Hier vorher weiter geht's. Und nochmal gespa... Aha. Wir hätten ja da ersticken können oder sterben können oder was. Ah, okay. Droh. Hä? Naja, egal. Ey, das ist ja... Das ist ja cool. Oh, vorsichtig, vorsichtig... Und nun? Müssen wir runter. Wieso müssen wir denn nicht lang balancieren? Weil wir hier runter können oder was? Autsch, das tat weh, glaube ich. Ja. Bisschen doll. Aua. Ah, da ist das Gewehr, von dem man die ganze Zeit gesprochen hat. Ich glaube, ich bin tot. Doch nicht. Äh. Motor. Alles klar. Jawoll. Hallo? Nimm. Hallo. Hallo. Äh. Nein, nicht. Jetzt mach ich auch noch so einen Timebreaker. Uh. Okay. Dann muss ich das... Ah, mit Y. Okay. Zoom umschalten. Okay. Jetzt gucken wir mal. Jetzt wollen wir mal unsere Schwester retten hier. Was soll ich denn da rein? Achso. Ah, okay. Ich dann... Ah, okay. Ja. Okay. Motor. Ja gut, Motor. Nööö. Einfach mal auf den Motor ballern. Konos-Konvoi. Wie ist Ihr Status? Ende. Sieht gut aus. Der Weg ist frei. Ah ja, noch. Von da hinten kommen sie. Das heißt, ich ziele einfach mal hier. Aha, jetzt fahren sie richtig weg. Und jetzt... Hä? Versuch's mit dem Motor. Alles klar. Soweit ich weiß, ist der Motor eines Autos vorne. Ist ja klar. Welchen... Also muss ich denn nur den mittleren denn? Quasi den Bus wegkauen oder was? Also da, wo sie auch wohl drin ist. Okay. Und... Jawohl! Da brennt er! Bam! Haha! Jawohl! Also... Alles klar. Äh... Das kann ich wohl wegschmeißen? Und... Ah, okay. Scheiße. Oh nein. Äh... Da... Ne, da will ich nicht. Jawohl. Oh. Alles klar. Hier dann... Wird gespeichert? Okay. Fuck. Alter. Ihr kriegt mir nicht, ihr kriegt mir nicht. Hahaha, ihr seid zu langsam. Hahaha. 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 Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig mache, aber... Es scheint, äh, dass... Ich zumindest hier nichts... Nichts großartig falsch mache, aber jetzt bin ich tot. Oh man. Er sagt mir ja nicht, wo ich lang soll oder so. Okay, pass auf. Komm. Danke, Digga. Dann werde ich mich mal hier so durchschlagen. Ich kann es aber nicht ewig machen. Irgendwann muss ich wieder in ein... Also, in Nahkampf gehen. Quasi. Komm doch hoch. Fuck. Fuck. Spätestens jetzt. Nein. Fuck. Was? Jetzt geht es schon wieder los. Das war schon mal gar nicht so verkehrt, ey. Achso, der kommt ja gleich. Nein. Komm. Bam, Digga. Boom. Oh, Alter. Ich bin mir erschrocken. Der kam auf einmal so... Überraschend, so schnell. Den kann ich mir auf dem Zettel gehabt. Fuck, komm schon noch mal. Bam, ne Pumpe, Digga. Wieso haben die so wenig Munition? Das ist doch lächerlich. Boah, Digga. Bam. Da haut sie hinweg. Okay. Jetzt habe ich mal hier einen kleinen Pumper. Boah. Bam. Komm. Bam, Junge. So kann ich die, glaube... Obwohl... Bitte, bitte, bitte. Habe ich keinen Fehler gemacht. Bitte habe ich keinen Fehler gemacht. Jawohl. Mit Y kann ich die auch wieder aufnehmen, natürlich. Hätte ich... Dummkopf. Hätte ich das vorher gewusst oder... Mal ausprobiert. Dann wäre ich... früher die Level... die Missionen... im Frühling Parts auch schnell weitergekommen. Aha, ich habe Angst, ich habe Angst. Äh, ich habe ja wohl gerade eindeutig getroffen. Nein, bitte nicht. Scheiße. Ich gehe nochmal nach oben gucken, ob ich die andere Waffen nochmal holen kann. Ich hoffe es, natürlich. Oh, fuck. So weit oben? Liegt da noch einer? Ja, liegt da. Ey, warte. Die kann ich auch nehmen. Weißt du was? Ich probiere das von hier einfach. Oh, fuck. Nachher muss ich die Pumpe holen? Ich weiß ja nicht, wie viele deiner Pumpe drin sind. Egal. Komm, scheiß drauf. Scheiß was drauf. Auf. Ah, okay. Komm. Geht doch, ey. Nein, oh mein Gott. Auf einmal bin... Oh. Ja, Leute. Das ist komplett nochmal natürlich alles von vorne. Komm her, du Wichser. Komm doch. Wie lange braucht denn der? Nein, nicht im Kopf. Bam. Bam. Direkt eine neue nehmen hier. Zack. Jetzt geht es nämlich ab hier. Das ist kein Zuckerschleim mehr hier. Jetzt gibt es hier... Friede voll der Eierkuchen ist vorbei. Auf jeden Fall, Jungs. Ja, ich merke das auch aber gerade. Scheiße. Scheiße. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mann. Das ist doch zum Kacken. Ich kriege es einfach nicht hin, ey. Wieso wollte ich nicht? Aber hier geht doch schnell. Komm jetzt. Komm doch, du Huren. Oh, ich bin so dumm. Hallo? Bam. Nächste. Ich muss einfach genau zielen. Weißt du was? Ich scheiße drauf. Ich gehe jetzt mal drauf hier. Siehst du, die kriegen ja eh nichts geschissen. Jetzt habe ich hier eine Pumpe. Bam. Genau in seine Fresse. Zack. Und nimmst du die nächste Pumpe hier. Gib ihn. So. Einfach mal drauf. Und dann, wenn wir mal ballern, dann können wir eh nichts machen. Wie wir gesehen haben. Bam. Siehst du? Zack. Weggeschmissen. Nächste. Siehst du? Den läuft so hoch. Ah. Ah. Ich habe Angst. Meck damit. Ich will die. Zack. Ach komm. Lass mich in Ruhe. Fuck. Okay. Ich brauche die andere. Digga, hast du noch die andere? Da unten kann ich mich aber nirgendwo verstecken, glaube ich. Kommt er nicht durch. Und was denn? Kann er nicht irgendwie einen Checkpoint mal setzen hier? Nee, das ist, äh, ich sag mal ziemlich nervig auf jeden Fall, wenn man da tausendmal irgendwie... Irgendwie... Bam. Direkt. Ach Gott. Weil bei dem am Ende kannst du nicht... Kannst du es nicht so einfach hinbekommen. Also bis hier ist es ja echt eigentlich noch easy. Wenn man das so jetzt vernünftig macht, so. Wow. Wird gerne die Pumpe behalten, aber... Fuck. Okay, das ist wohl jetzt nicht so die allerbeste Methode, zumindest mit der Waffe irgendwie gewesen. Ah, das ist doch echt nervig. Oh mein Gott, komm, nochmal. Hä, Kollege, Mann, bist du behindert? Mann. Das muss doch irgendwie funktionieren hier. Komm, du kriegst jetzt eine, eine Gorsch. Fuck. Komm. Aber wie viel hat die noch? Ich würde die gerne nochmal benutzen hier, aber... Aber... Die ist leer. Gehen wir mal den konventionellen Weg hier runter... Und schauen wir mal, ob das was bringt. Haben wir ihn? Ich glaube, ja, oder? Ich glaube, wir haben sie beide. Doch nicht. Wir haben sogar keinen von beiden. Netterweise. Fuck. Und die andere Knarre mal eben holen. Kacke. Ich dachte, ich... Nein, nee. Natürlich nicht. Komm. Zeig dich. Komm, er zeigt dich. Na komm, traust du dich nicht? Komm. Komm. Das ist doch lächerlich. Aber er trifft uns, aber wir ihn nicht, ne? Jawohl, wenigstens einen jetzt schonmal. Äh, wieso? Da. Den kriegen wir auch auf jeden Fall. Fuck. Jawohl, komm schon. Bitte, es schaffen wir. Bitte, 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 bitte. Bitte schieß noch nicht, Digga. Bitte. Okay, wir können hier, können wir hier lang? Jawohl, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es auf einmal doch hier so lang geht. Oh, Spiegelgärten. Boah, Spiegelgärten. Da sieht man's. Oh, Kate. Da ist sie. Hey. Ruhig. Geht's auch gut? Effie, Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Ja, klar, Ru. Ich glaube, du bist meine Schwester. Nimm das, das ist Merk, er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenke die Cops ab und komm später nach, okay? Komm rein. Ja, Tchaka. Wir haben's geschafft, Alter. Uh, geht doch. Ey, ich verspoole am Ende noch wieder. Und jetzt auch wieder. Ach so, Unterschlupf. Ei, sauber. Hat sich locker abgeht? Ah, was heißt locker, ne? Ähm. Äh. Fuck. Scheiße. Hä? Was geht da ab, Alter? Hä? Alter Merk, ey. Fuck. 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 Es tut mir leid, Merk. Es tut mir leid. Nein, nichts bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Niemals, Merk. Versprochen. Danke, Klein. Scheiße. Fuck, Alter. Verdammte Kacke. Kacke, ey. Jetzt ist Merk auch noch tot, Alter. Verdammte Kacke. Scheiße, Alter. Und wer soll uns jetzt anleiten, ne? Kann jetzt keiner mehr. Scheiße. Ja. Wir haben's denn doch noch jetzt geschafft. Aber Merk ist leider jetzt weg. Und, naja. Ist natürlich ziemlich... Hä? Es geht bei ihr. Ist natürlich ziemlich kacke jetzt. Aber was soll man machen? Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Weil, wer uns jetzt hier durchführen wird. Weil er uns ja immer gesagt hat, so, was wir machen können. Und so weiter und so fort. Mehr oder weniger. Und, ähm... Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ist ein bisschen längere Part jetzt geworden. Knapp 26,5 Minuten. Also sag ich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.